Hallo Leute, Takeo hier. Auf Nachfrage hin möchte ich euch in diesem Video vorstellen, wie ihr effektiv eure Wiederverwertungskits einsetzen könnt, beziehungsweise wann sich welches Wiederverwertungskit auch wirklich lohnt. Im Allgemeinen lohnt es sich, jedes nicht genutzte Item wiederzuverwerten. Früher hat man noch für Profit die blauen und grünen Items verkauft, aber mittlerweile sind einige Rohstoffe, gerade auch was das Leder betrifft, noch um einiges wertvoller als das blaue oder grüne Item selbst. Gerade auch, wenn man mehr als einmal den Rohstoff beim Wiederverwerten herausbekommt. Zudem bekommt ihr die Essenzen des Glücks beim Wiederverwerten, die ihr über einen Rechtsklick dann auf einmal konsumieren könnt und die mit der Zeit euer accountweites magisches Gespür erhöhen. Für weiße, blaue oder grüne Gegenstände empfiehlt sich ein einfaches Wiederverwertungskit, das hat zwar nur eine Chance von 10% auf seltene Materialien, aber die gibt es in dieser Seltenheitsstufe sowieso nicht, also warum ein teureres benutzen? Hier empfehle ich nochmal den kupferbetriebenen Wiederverwertomat aus dem Handelsposten. Dieser hat dieselben Eigenschaften wie ein einfaches Wiederverwertungskit, nur müsst ihr pro Wiederverwertung drei Kupfer zahlen und könnt sonst so oft wiederverwerten, wie ihr möchtet. Das spart euch auf lange Sicht sehr, sehr viele Inventarplätze und deswegen kann ich euch diesen nur ans Herz legen. Habt ihr seltene Gegenstände oder exotische Gegenstände, die nur ca. 80 Silber wert sind, dann empfiehlt sich ein mystisches Wiederverwertungskit. Dieses Kit hat 250 Aufladungen und eine Chance von 25% auf seltene Materialien, sprich Ektoplasma Batzen. Und nach dem Schwarzlöwen Wiederverwertungskit ist es so ziemlich das Beste, was ihr haben könnt. Hat der Gegenstand eine Levelbegrenzung von 68 oder höher und besitzt die Seltenheitsstufe selten oder exotisch, dann bekommt ihr zudem beim Wiederverwerten 0 bis 3 Ektoplasma Batzen heraus, die auch einen gewissen Wert haben und für viele Handwerksrezepte benötigt werden. Um so ein mystisches Wiederverwertungskit herzustellen, müsst ihr euch einfach nur bei einem Händler ein edles, ein Gesellen und ein Meister Wiederverwertungskit kaufen und es gemeinsam mit drei Steinen der mystischen Schmiede in die mystische Schmiede werfen. Diese Steine bekommt ihr in großzügigen Mengen aus den Erfolgstruhen. Sollten sie euch jemals ausgehen, dann könnt ihr überlegen, ob ihr den silberbetriebenen Wiederverwertomat aus dem Edelsteinshop kaufen möchtet. Dieser hat dieselben Werte wie das mystische Wiederverwertungskit, nur dass ihr pro Benutzung 60 Kupfer zahlen müsst, aber dafür so oft wie ihr wollt wiederverwerten könnt. Bei exotischen Gegenständen solltet ihr immer vor dem Wiederverwerten überprüfen, wie teuer der Gegenstand im Handelsposten gehandelt wird und wie teuer das einzige Sigill bzw. die einzige Rune ist. Manchmal kostet das Sigill bzw. die Rune nämlich schon fast so viel wie der Gegenstand, weswegen ihr hier mit einem schwarzlöwen Wiederverwertungskit zu 100% die Auswertung aus dem Gegenstand bekommt und natürlich mit etwas Glück noch die Rohstoffe und die Essenzen des Glücks. Das heißt zusammengefasst, ihr benutzt ein einfaches Wiederverwertungskit oder den kopfbetriebenen Wiederverwerter für alle weißen, blauen und grünen Gegenstände. Ein mystisches Wiederverwertungskit benutzt ihr für alle seltenen oder billigen exotischen Gegenstände und ein schwarzlöwen Wiederverwertungskit benutzt ihr nur, wenn ihr die Rune oder das Sigill aus dem Gegenstand unbedingt benötigt. Damit wäre ich dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao.